Er versucht's! Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Ein toller Schuss und da kann kein Torwart der Welt drankommen. Wirklich speck! Da kommt der Schuss! Der Ball ist drin! Vom Pfosten geht der Ball ins Tor! Eine Mischung aus Können und Glück dieser Treffer! Alexis Sanchez! Was für ein Tor! Ist es das schon gewesen? Auf jeden Fall setzen sie hier noch eins drauf! Finia! Trifte! Ja! Drin! Tor! Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt! Das ist hier schon der zweite! Kanales! Und da haben wir's! Das Tor! Und genau dafür wurde er eingewechselt! Er macht sein Tor! So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen! Diesmal aus einer anderen Kamera Perspektive! Mach der ihn! Der Torhüter war dran, reicht aber nicht! Der Ball ist im Tor! Die sind richtig gut drauf heute! Ein weiteres Tor! Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist! Dias! Da könnte jetzt die Chance! Geht der rein! Da macht der ihn rein! Ganz starke Vorstellung heute! Und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter Dampf! Einfach gnadenlos überlegen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!